Willkommen zu einer neuen Folge Left 4 Dead Was ist der Welt? Mann, ich hasse... Mann, mach, dass es weg ist, ich will das nicht Ich mag, na, kommentiere nicht Das ist... Ja, ihr wisst schon Naja, auf jeden Fall Wenn keiner einen besseren Plan hat, sollten wir dorthin Jo, dann gehen wir mal zum Militär Dann wird das schon wieder Genau, dann wird das schon wieder, wenn wir zur RealSite gehen So, wa... Watt, ein Polizeiauto Der wird mit dem Polizeiauto gefahren, oder was? Und da liegen Waffen drin Ah, ja Gut, ja, aber dann nehmen wir den mal weg Und den 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 Und dich und Dich und Dich und... Ach, ich hab gar nichts mehr So, hier, extra Behandlung Wer will Ey, wie kommen die alle aus dem Busch, ey Was für Buschmänner sind das denn? Zombies aus dem Busch Das hört sich irgendwie lustig an So, dich auch noch Du bist hässlich Ah, dich auch Dich da, genau Ihr beide Ja Ja, und ein Boomer, aber... Ja, wo ist der? Wo ist der verdammte Boomer? Irgendwo vor mir, unter mir, oder... Ja, vor mir oder unter mir Und ich habe einen schönen Astralkörper, habt ihr gerade gesehen? Uh, sexy Na ja Dann laufen wir jetzt mal runter Tschüss 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 Da war ich noch nicht, da gehe ich jetzt mal lang Und wir laufen in eine Sackgasse War ja klar Wow Hab ich euch gehört? Jo, tschö Wo ist der verdammte Boomer bloß? Jo, können wir mal andere Seite gucken Da war ich auch noch nicht Ich bin nur den direkten Weg gegangen Da war der Boomer So, was... Ha... Pfeile Und eine Sackgasse Aber warum sind da Pfeile? Kann man da hochklettern? Naja, egal Jo, da ist ein Hunter Keiner trifft den, außer ich Das war ja wieder mal klar Ja Ja, und da ist ein Raucher Pfff Ich find den Ich find den mal auch geil, ey Smoker Yo Dich... Wow Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ah, ja Weg mit euch Gesinde Mit euch geb ich mich nicht stopp Entschuldigung, musste gerade eben husten. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich muss hier mal husten. Ab und zu. Habe ich ja schon, glaube ich, erst vorhin gesagt oder so. Ja, weg. Bauch. Und ich würde dir einfach erst empfehlen, dein Kopf hat geblutet. Tschüss. Und da ist eine schöne, ähm, Bombe, wenn ich jetzt nicht mehr sehe, irgendwas Explosives auf jeden Fall. Und warten, du wirst ganz viel ins Zombies kommen. Los, du Idiot, du hast mir alles kaputt gemacht und du scheiß Hunter. Yo, haut der mich auch noch. So ein Penner. Oh man, ich muss mich mal mit meinen Ausdrücken zurückhalten hier. Das ist ein Let's Play und kein, wer kann am meisten und die besten Schimpfwörter. Wettkampf oder was weiß ich nicht, halt. Ja. Yo, das finde ich auch. Zwei Personen sind genial. Oh man, das ist ätzend. Ja, ich trau dem Frieden auch nicht. Erstmal heilen auf jeden Fall. Uh. Oh, sieht das sexy aus. Wenn ich mich heile. So, da hinten sind Zombies. Die Ballmama platt. Dich auch. Dich. Und da ist ein Fettsack. Ein fetti Boom Boom. Und der hat gerade in die Tür weggeschossen. Oh. Es war der da am Festklemmen. Das sah auf jeden Fall so aus. Und da ist ein Hunter irgendwo. Ja, der höre ich. Weiß mal bald haben wir den da weg. Und ja. So, mal hoffen, dass da jetzt niemand ist. Tschüss. Ich mag keine gelben Himmeln. Hä? Wie kam die jetzt? Wah. Geh weg, geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich auch nicht. Geh weg. Geh zu deinen Freunden. Hau mich doch nicht. Bist du verrückt? Hau mich doch nicht. Wie es zu mir geflogen ist. Oder die? Geht das überhaupt? Ich meine, ist ja ein Zombie. Aber war er. Mann, war ich nicht. Naja, egal. Okay. Ja, war ja, war ja klar. Da. Warnert. Halt's. Ach, Mann. So, jetzt schlute. Ich muss mich förmlich ausrücken. Das hier ist ein Let's Play. Mann. Ich verspreche, ich werde mich mal zusammenreißen hier. Mein Gott, mein Gott. Ja, Pillen. Gut Stichwort. Ja. Molkotakt, ja, haben wir schon. Und Rohrbomben. Das ist ja wieder was Fantastisches. Na, war ja klar. Jetzt kommt ja direkt wieder erstmal eine Zombie-Horde. Naja, werfen wir erstmal eine Rohrbombe dahin. So. Ja, verfaust du mich. Und du auch. Und du auch. Welcher Idiot hat da gerade einen Mollekroflag gegenworfen? Ich weiß nicht. Ja, was hab ich getan? Ja, doch. Na, erstmal Pillen holen. Toll. Einer hat sich schon weggenommen. Und da kommt noch mehr. Und da war ein Boomer. Aber hier sind alle angekotzt, außer ich. Das war zweideutig. Alle sind angekotzt. Ja. 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 Ja, war ja klar. Zoe geht wieder down. Und los. Ist scheißegal, ob die Suggies verprügeln. Na ja, wir werden auf jeden Fall erstmal Zoe aufhelfen. Denn die gibt uns tolle Rückendeckungen. Yo. Wow. Der hat mich erschreckt. Na ja. Seid ihr da? Gut. Yo. An dieser Spur hier, an dieser Gammelspur, kann man richtig gut sehen, wo der ist. Tja, Rauchalung lohnt sich nicht. Entschuldigung. So. Ja. Da ist der Raum. Ich weiß. Aber ich geh jetzt mal umgucken, was da ist. Ob da überhaupt was ist. Nix. Yo. Oh, mal das durch die Gegend. Ja. Ja, und dann mal ciao. Bis zur nächsten Folge.